Die Pressefreiheit ist einer der Grundpfeiler jeder Demokratie. Es stellt sicher, dass die Bevölkerung Zugang zu vielfältigen Informationen, Perspektiven und Meinungen hat und sich so eine eigene Sicht auf das Weltgeschehen bilden kann. Allerdings bringt diese Freiheit auch komplexe Herausforderungen und Dilemmata mit sich, insbesondere wenn es um Veröffentlichungen geht, die sich auf dem schmalen Grat zwischen Kritik und dem, was die Regierung als verfassungswidrig erachtet, bewegen. Als Beispiel für eine aktuelle und langjährige Debatte auf Englisch und den Fall der Kompaktrezension, die im Zentrum der politischen und juristischen Debatte steht. Um den Zusammenhang zu verstehen, müssen wir zunächst ein wenig über den Tcompacto wissen. Gegründet von Jürgen Elsässer, ein von Kontroversen geprägter Rückblick auf die Geschichte. Sie ist für ihre starke und oft kontroverse Haltung zu einer Reihe politischer und sozialer Themen bekannt. Tatsächlich steht das oft kompakte Element im Gegensatz zum Establishment und zur mittelenglischen Politik und fördert Narrative, die am Status quo verzweifeln. Diese trotzige Haltung blieb jedoch den Behörden nicht verborgen. Im Juli verwies die Bundesregierung das Bundesinnenministerium an die damalige Entscheidungsträgerin Nancy Faeser. Mit der Begründung, dass die Handlungen und Inhalte des Magazins verfassungswidrig seien, erließ das Ministerium ein Veröffentlichungsverbot. Wie lässt sich diese drastische Entscheidung erklären? Bei Aktivitäten, die sich mit politischer Kritik befassen, kommt die Vereinbarung mit dem Bundesministerium des Innern, kompakt, zum Einsatz. Eine Überprüfung der Förderung von verfassungsfeindlichem, aggressivem und kämpferischem Verhalten, die nach Angaben der Regierung das Zugeständnis rechtfertigte. Laut Nancy Faeser war es eine Zeit, in der es notwendig war, eine Demokratie vor dem Hintergrund von Verfassungsfeinden zu schützen. Ihrer Meinung nach stellte die Überprüfung eine reale und gegenwärtige Bedrohung dar, die nicht ignoriert werden könne. Was entscheidet darüber, was Realität ist? Oder stehen wir vor einem Fall verschleierter Zensur? Das ist eine Frage, die sich viele Leute auf Englisch stellen. Für einige ist die Gewährung des Pakts ein inakzeptabler Verstoß gegen die Pressefreiheit. Für andere ist es notwendig, die Integration des demokratischen Systems zu schützen. Und du, was denkst du? Möchten sie sich selbst regieren oder gezielt eingreifen, um eine Demokratie zu schützen? Haben sie die Ehre, dass die Pressefreiheit absolut absolut ist, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen und bestimmte Standpunkte vertreten? Die Geschichte entstand um ein unerwartetes Gerücht herum, als das Bundesverwaltungsgericht beschloss, die Freigabe rückgängig zu machen. Um zu entscheiden, dass die Mehrheit der Richter dies tun sollte, muss das Gericht dringend eine Überprüfung beantragen und das Verfahren vorübergehend aussetzen. Bezeichnend ist, dass Compacto vorerst weiterhin veröffentlicht werden kann, wenn auch mit einigen Einschränkungen. Nancy Faeser verbarg ihre Enttäuschung über die Entscheidung nicht, bestand jedoch darauf, dass der Prozess noch lange nicht abgeschlossen sei. Sie bezeichnete die gerichtliche Überprüfung als einen völlig normalen Vorgang in einem Rechtsstaat und erklärte, dass die Bundesregierung weiterhin alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zur Verteidigung der Demokratie einsetzen werde. Für Faeser ist dies ein Kampf, der noch andauert, und die Regierung wird nicht so schnell aufgeben. Allerdings wirft diese Wendung der Ereignisse mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Was bedeutet das für die Zukunft der Pressefreiheit in Deutschland? Signaliert die Entscheidung des Gerichts eine neue Ära der Freizügigkeit, in der Publikationen wie Compacto mit weniger Einschränkungen operieren können? Oder erleben wir gerade den Beginn eines langen Rechtsstreits, der die Medienlandschaft des Landes in den kommenden Jahren prägen könnte? Auf der Compact-Seite war die Reaktion vorhersehbar. Jürgen Elsässer, Herausgeber des Magazins, begrüßte die Entscheidung des Gerichts als Sieg. Er beschrieb die Situation als einen klassischen Kampf zwischen David und Goliath, bei dem es einer kleinen unabhängigen Zeitschrift gelang, dem Druck der mächtigen Bundesregierung zu widerstehen. Auf seinem X-Account feierte er nicht nur die Entscheidung, sondern nutzte die Gelegenheit auch, um den aus seiner Sicht indirekten Werbeeffekt für das Magazin hervorzuheben. Und er hörte hier nicht auf. Elsässer kündigte an, dass er das Bundesinnenministerium für den durch das Verbot verursachten wirtschaftlichen Schaden verantwortlich machen wolle. Er schätzt den finanziellen Verlust des Magazins auf rund 320.000 Euro, was für eine unabhängige Publikation ein beachtlicher Betrag ist. Nun verlangt er eine Entschädigung für diese Verluste und ist entschlossen, die Regierung dafür zahlen zu lassen. Diese kämpferische Haltung von Elsässer überrascht nicht, wenn man bedenkt, dass das Magazin in der Vergangenheit immer wieder Autoritäten herausgefordert hat. Dies wirft jedoch eine interessante Frage auf. Wie effektiv waren die Maßnahmen der Regierung wirklich? Hatte der Versuch, Compacto zum Schweigen zu bringen, am Ende den gegenteiligen Effekt, der dem Magazin eine noch größere Plattform verschaffte und mehr Aufmerksamkeit auf seine kontroversen Positionen lenkte? Obwohl das Gericht Compacto einstweiligen Rechtsschutz gewährte, ist der Rechtsstreit noch lange nicht vorbei. Das Bundesinnenministerium hat klargestellt, dass es die Ermittlungen gegen das Magazin fortsetzen will. Eine Sprecherin des Ministeriums sagte, das Vorgehen des Compact sei in der Verbotsanordnung ausführlich begründet und durch substanzielle Beweise gestützt worden. Das Ministerium konzentriert sich nun auf die umfassende Darstellung seiner Rechtsauffassung in den wesentlichen noch anhängigen Verfahren. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Forschungsergebnisse neu bewertet werden und in künftigen Rechtsstreitigkeiten eine entscheidende Rolle spielen könnten. Die Regierung scheint entschlossen zu sein, zu beweisen, dass Compacto Grenzen überschritten hat, die nicht hätten überschritten werden dürfen, und dass die Zeitschrift eine echte Bedrohung für die verfassungsmäßige Ordnung des Landes darstellt. Allerdings stellt dies auch die Rolle der Gerichte in Frage, wenn es darum geht, die Notwendigkeit, die Demokratie zu schützen, mit der Wahrung individueller Freiheiten in Einklang zu bringen. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, das Verbot aufzuheben, deutet darauf hin, dass es eine anhaltende Debatte darüber gibt, wo genau diese Grenze zu ziehen ist. Wird die Regierung die Entscheidung des Gerichts rückgängig machen können? Oder geht das Magazin Compacto am Ende als Sieger hervor? Der Fall Compact ist zweifellos einer der bedeutendsten in der jüngeren Geschichte der Pressefreiheit in Deutschland. Er wirft grundlegende Fragen zu den Grenzen der Meinungsfreiheit und zur Rolle der Regierung bei der Regulierung von Veröffentlichungen auf, die seine Ansicht nach die demokratische Ordnung bedrohen. Aber das ist keine einfache Frage und es gibt keine einfachen Antworten. Auf der einen Seite haben wir die Regierung, die argumentiert, dass bestimmte Handlungen und Äußerungen eingeschränkt werden sollten, um die Gesellschaft zu schützen. Auf der anderen Seite gibt es Verfechter der Pressefreiheit, die glauben, dass jede Form der Zensur eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Und wo positionieren sie sich in dieser Debatte? Glauben sie, dass die Regierung die Macht haben sollte, Veröffentlichungen zu verbieten, die sie für gefährlich hält? Oder Dr. 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 Vielen Dank.